Haben Sie ein gutes Gedächtnis? Überlegen Sie nochmal. Was wäre, wenn Sie eines Morgens aufwachen und sich nicht mehr daran erinnern könnten, was Sie jemals getan haben oder gedacht oder gesagt? Wären Sie dann noch Sie selbst? Unser Gedächtnis formt das, was wir meinen, erfahren zu haben und von dem wir glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird. Wenn wir also unsere Erinnerungen in Frage stellen, hinterfragen wir das Fundament unserer eigenen Identität. Jeder von uns kennt Gedächtnislücken. Wir können Kindheitserlebnisse vergessen oder wir wissen vielleicht nicht mehr, wie die Person hieß, die wir schon so oft getroffen haben. Aber wir alle haben das Potenzial zu noch viel gravierenderen Erinnerungsfallen. Wenn wir in die Gedächtnisforschung eintauchen, sehen wir, auf welch erstaunliche Weise unser Gehirn in die Irre geführt werden kann. Die Wissenschaft hilft uns zu verstehen, wie wir Erinnerungen von anderen stehlen können, wie es dazu kommt, dass Unschuldige ein Verbrechen gestehen, das niemals stattgefunden hat und wie wir unsere Geschichte radikal verändern können, indem wir unerwünschte Erinnerungen löschen und sie mit neuen überschreiben. Nur wenn wir die Mechanismen unseres Gedächtnisses begreifen, lernen wir, wie wir Erinnerungsfallen vermeiden. Aufregend und verstörend zugleich, die Forschung über falsche Erinnerungen fordert uns heraus, darüber nachzudenken, wie viel wir jemals über uns selbst wissen können. Wollen Sie mehr erfahren? Lesen Sie mein neues Buch, Das trügerische Gedächtnis, bei Hansa. Das trügerische Gedächtnis, bei Hansa. Dίζbüter